Hallo SG-Fans, es ist wieder SG-Freitag. Wie jedes Jahr gibt es die Möglichkeit für euch wieder etwas zu gewinnen. Aber vorher haben wir noch das wichtige Spiel in Polen für unsere deutsche Nationalmannschaft vor der Brust. Und da gilt es darum, die Weltmeisterschaft zu erreichen. Und da brauchen wir alle eure Unterstützung. Und ich bin auch live vor Ort, drücke die Daumen. Und wer das Ergebnis richtig schätzt, hat die Möglichkeit, mein Trikot zu gewinnen. Teilt diesen Beitrag der SG einfach mit euren Freunden und dann wünsche ich euch viel, viel Glück. Alles Gute.